Okay. Du brauchst uns sparen können. Nein, so viel Tutsch habe ich jetzt auch. Ich habe nichts gespart, ich wollte mich mehr. Ich bin nicht so brav, was Wasser trinken kann. Also wenn ich nicht bei mir im Büro immer eine Wasserflasche am Tisch stehen hätte, würde ich wahrscheinlich gar nichts trinken. Und das hast du schon? Ich glaube schon, ja. Ja, aber es ist so ein Literfleisch. Es gibt da, in der drinnen wir gerade mal die halbe. Und was aus der Leitungswasser? Nein, so Mineralwasser. Mit Kohlenzau. Mit Kohlenzau. Ich bin nichtbar.